Hallo und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, also von euch und zwar spielen wir heute eine Sniper-Map und der gleich genau, der gleich ist jetzt oben bei der Sniper, bei den Snipern und ich bin hier unten beim Parcours Ich muss jetzt den Parcours durchlaufen, während der gleich auf mich snipet. Ich fang einfach mal an zu laufen, ne? Ja warte doch mal, ich will das mal wissen, was es hier oben alles gibt. Gibt's hier oben in Abbey? Nein, nur Sniper. Es gibt nur die normalen. Okay. Okay, der gleich darf in 3 Sekunden loslaufen, okay? Wo bist du denn überhaupt? Ich lass mich da erst mal... Nein, 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 weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, da vorne, ja. Siehst du mich gerade? Ja, okay. Okay, 3-2-1, let's go. Oh mein Gott. Ah! Pfff! Wo willst du sagen? Ah! Ah! Wenn er gleich mich jetzt trifft, ne? Ich... Oh! 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 Nein! Ich bin tot! Hahaha! Okay. Ok. 1-0 für er gleich. Ja... 1-0. Mal gucken wie viele Versuche ich schaffe. Also 1-0 für dich. Jetzt lauf ich direkt wieder weiter. Und dann kannst du mal loslegen, obwohl du snipen. Ah! rational... Böse. Böse, Herrgleich. Nein, nein. Warte, wir haben jetzt den Held schon verpasst. Nein, Herrgleich. Holy shit. Ah, es ist knapp. Holy shit. Es ist knapp. Es ist knapp. Gleich ist es sogar. Leute, ich habe gerade echt Angst. Nein, nein. Ja, bitte. Ich habe Angst. Ja, Mann. Angetäuscht, angetäuscht. Oh mein Gott. Nein, nein. Ja, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Du bist doch gar nicht da oben. Doch, ich bin hier oben. Guck, ich bin hier oben. Ich bin hier oben, Herrgleich. Ja, ich habe es geschafft. Hier, guck, Herrgleich. Hier, bin hier oben. Ja, 1-1. Okay. 1-1. Ich habe bis jetzt zwei Versuche gehabt. Okay, 1-1. So. Ich würde sagen, jetzt bist du jetzt mal dran, oder? Nein, nein. Du hast deine fünf Minuten. Okay. Gut, okay. Ich muss mal ganz so auf Respawn klicken. Okay. 1-1 steht jetzt. Hilfe, okay. Leute, wenn ich ja gleich dich töte, ne? Ich lande jetzt. Oh, ich lande hier direkt hier oben. Ja. Okay. Ich fliege einfach mal ganz kurz hier runter, okay? Nicht, nicht im Fliegen abschießen. So unfair. Nicht im Fliegen. Ne, ah, gleich. Okay. 3-2-1, let's go. Holy. Das geht einfach schon fast. Ah, Herrgleich. Wie ist das Wetter heute? Okay. Ah, Herrgleich. Ich habe jetzt noch ein Quicks川ises gemacht. Ja, bitte. Hilfe! Oh! Das ist klar! Alter! Oh! Die Schicks... Nein! Nein! Ah! Wer mal Punkte am Ende hat, okay? Wer mal Punkte hat. Nein! Ich wurde von diesem komischen Blitzteil getötet. Was? Welches komische Blitzteil? Das wirst du gleich sehen. Welches komische Blitzteil? Das wirst du gleich sehen. Nein! Ich kann es in 30 Sekunden niemals mehr schaffen. Okay. Let's... Ey! Ja, du gehst ja jetzt schon nach da hinten, ey! Du startest ja schon ganz da hinten. Das ist voll unfair. Ja, das ist voll unfair. Du hast gerade eben auf mich gesnipet, bevor es überhaupt losgegangen ist. Also, chill. Nein! Herr Gleich! Nein! Ah! Nein! Drei, zwei, eins! Nein! Nein! Ich habe einen einzigen Punkt geschafft. Also, wir gucken jetzt, wie viele Punkte Herr Gleich schafft. Wie viele Punkte glaubst du, dass du schaffst? Ich renne da jetzt zehnmal durch. Zehnmal? Mindestens. Mindestens zehnmal. Nein! Jetzt muss ich in das andere Team, ne? Ah ne, das geht gar nicht. Ah ne, ja gleich! Hm? Spring jetzt einfach mal von hier aus, da runter. Hier. Und dann machst du Glider-Re-Deployment an. Springst da hinten. Da nach hinten. Genau. Ich erquitte mich von der Zeit. Noch zählst nicht, noch zählst nicht. Alles okay. So, du bist ja auch dann gleich... Ich bin ja nicht unfair. Du bist ja auch gleich losgerannt. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Okay, ich bin schlecht. Warte, sorry, warte. Warte! What the fuck? Oh mein Gott. Alter! Der gleich ist tot! Ja, du kannst... Du musst dich sterben lassen, der gleich. Passiert ja jetzt auch, denke ich, oder? Oh nein. Nein, das passiert nicht. Klick einfach auf Respawn. Escape. Respawn. Ich würde sagen, du hast so mal fünf Minuten, weil... Herr Gleich ist für jemand, Leute, der muss erstmal alles... Der muss erstmal alles kennenlernen und so. Ah, hier spawnst du, da musst du mal ganz da runterfliegen. Herr Gleich bitte. Flieg einmal bitte runter. Nein, nicht da. Nicht da, da hinten. Orientierungssinn. Let's go. Genau. Fliegen sie mal da runter. Herr Gleich kriegt zweimal fünf Minuten, Leute. Also... Du hast die Zeit, um es zu schaffen. Okay. Drei. Zwei. Eins. Was? Sich verarschen. Nein. Was soll das denn für eine Scheiße? Okay. Ich darf dich erst noch da hinten snipen, okay? Nein, 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 nein. Ist schon okay. Ach so. Ist das okay? Ja, ja. Fandest du das jetzt okay? Fandest du fair? Ja, sorry. Wenn du mich halt dort schon triffst, dann triffst du mich halt dort schon. Was soll ich machen? Drei. Zwei. Eins. Verarscht? Ja, ich hab's gemerkt. Du musst über die Blitzspringer springen. Ich weiß. Ich hab's schon gemerkt. Oh mein Gott, bin schlecht. Leute, dann schreibt mal. Was? Was ist jetzt passiert? Du musst dann die Blitzfallen. Die Blitzfallen machen Schaden. Ach, die Scheißdinge machen Schaden. Ist dir das gar nicht? Ja. Ey, Leute. Schreib mal in die Kommentare, der gleich ist der coolste. Und hoff! 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 Hey, ich bin jetzt schon fast tot. Hoff! Das zählt nicht. Dann geh jetzt da rauf! Ja, wie soll ich das jetzt mit 10 Leben? Ich schieß nur mit der Bolt. Ich schieß nur mit der Bolt. Dann wärst du mit jedem. Nein, nein. Mit nur 10 Leben kann ich nicht. Doch, kannst du nicht. Ich muss Respawn machen. Hey, gleich! Mach hin! Ich kann doch nicht mit 10 Leben. Das ist der Eintreffer, bin ich ja tot. Ja, du bist doch mal sonst mit einem Treffer tot von der Bolt. Dann hör mal auf, wie du hauen, okay? Egal. Schau auf. Wag es dich nicht. Hey, gleich. Mach auf! Wag es dich nicht. Ohne Scheiß. Ich hab keinen Bock jetzt zu sterben. Los! Soll ich auch mal in der Luft aufschießen? Hab ich doch gar nicht gemacht bei dir. Weiß. Also, aber versucht. Hab ich auch nicht versucht. Okay. Ich bin schlecht hier, Leute. Nein, Scheiße! Ohne. Mist. Das ist verarschen. Nein! Was ist denn das? Ich sterbe ja mehr an der Scheiße als an dir! Ich mach nochmal Respawn. Ich bin ja eigentlich nicht tot. Meine Güte. Das gibt's doch gar nicht. Das ist so eine Kacke hier mit diesen komischen Bumperdingern da. Ich komm mir vor wie so'n Flipperball, ey! Du bist ein Flipperball! Okay. Ich halte das mal alles nach. Das kann man ja jetzt erstmal machen. Was? Das ist dein Ernst! Respawn! Mann! Soll ich denn da oben ankommen, wenn ich noch einmal einen Parcours so schaffe? Ohne dass er mich trifft? Scheißdreck! Wir können es eh nicht mehr schaffen. Doch! Endgame? Du hast nur noch 10 Sekunden gehabt. Egal! 10 Sekunden. Außerdem hast du gesagt 2x. Ja, ja, klar! Natürlich! Deswegen. Wir starten jetzt das Game neu. So, jetzt wechsle ich die zum Team 2 und du wechselst in Team 1, okay? Dann haben wir kein Problem mehr wegen Spawn, okay? Vergleich? Mhm. Also irgendwann steht jetzt 1 zu 0 für mich. Mal gucken, ob sich das überhaupt ändern wird. Ich geh jetzt in Team 2. Du gehst in Team 1. Ja, eigentlich ist es ja... Achso. Ja, 1 zu 0. Ja, okay. Ja, natürlich kriegst du ja mehr Chancen, wenn ich jetzt 2x... Das ist ja toll. So ist 1 zu 0 für dich. Das ist in Ordnung. Bin ich mit einverstanden. Ja. Hast du gewonnen. Nein. Bevor der jetzt, was weiß ich, gleich 5 zu 0 steht oder so. Okay, let's go! Let's go! Los! Lauf! Lauf! Ich weiß gar nicht. Achso. Ja. Einfach laufen. Ich brauch eh noch Waffen. Also eh noch Waffen. Es wird mir ein bisschen Zeit. Ich hab ein... Mein Ame, Alter! Was? 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 Du 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 du... Oh Gott. Oh Gott. klingt doch nicht jedes mal auf den auf diesen ding ich bin das erste mal dort gewesen ich war noch nie an dieser stelle ich war noch nie an dieser stelle so weit bin ich gekommen ich wusste gar nicht dass was da hinten passiert scheiß trick wieso kommst du zweimal direkt hintereinander schließen weil ich zwei bowls ab du assi ich war nicht zwei bowls ab das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr das gibt es doch nicht das kann doch nicht sein wie kommt man denn da drüber ohne dann automatisch drüber zu fliegen hey warum läufst du denn auf den weg lauf doch mal den geraden weg nein warum nicht das ist viel einfacher wieso ist der gerade weg viel einfacher ich halte einfach mal um und ich gebe dir einfach nur tipps wenn du nicht drauf hören möchte ich bin den geraden weg gelaufen du bist den geraden weg gelaufen ja natürlich bin ich den geraden weg gelaufen wieso natürlich oh mein gott oh mein gott geht ich vergraben ja gar nichts ja ja ehrlich das habe ich ja vorhin besser gemacht hey das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein nachdem ich in diesem neuen team bekann ich dich übertreffen das ist so hä wie soll das jetzt funktionieren ich komme da gar nicht drüber natürlich kommst du da drüber nein guck mal oh doch alter was ist das für die scheiße und du scharfen auch maaann ja sorry ich muss den parkour erst richtig kennenlernen ich brauche gar nichts zu snipen das ist schon ziemlich asi es funktioniert nicht ich kann dich nicht treffen du hast den schutz oder sowas irgendwas das ist unmöglich nicht zu treffen es ist unmöglich nicht zu treffen ohne scheiße das funktioniert nicht alter was ist denn da so eine kacke Suche Arschen! Was war das denn? Hey, das war ja, was war das denn? Jetzt habe ich wirklich einen Flipper gemacht. Du hast wirklich einen Flipper. Hast du das gesehen? Was war das denn für eine Scheiße? Hat ich dich überhaupt treffen? Hast du das überhaupt gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Außerdem schießt du die ganze Zeit daneben. Natürlich schieß ich die ganze Zeit daneben. Nein! Okay, das war jetzt der erste richtige Hit von dir. Hallo! Du bist voll gemein. Ist alles davor. Wir machen danach noch eine Runde, Leute. Also gleich hat er danach nochmal einmal die Chance, seine Ehre zu retten. Welche Ehre? Alter! Hör auf! Ey, was ist? Ey, das ist Assi. Das ist Assi, ohne Scheiß. Was ist? Was zum Geil ist Assi? Außerdem, du bist immer bis dahinten schon geflogen. Da bin ich jetzt schon tot, wo du sonst immer gelandet bist. Guckt euch das Video an in der Wiederholung. Guckt euch das Video an in der Wiederholung. Gut, gut. Natürlich, ich halte da hinten. Was? Schön, wie das ist. Schön. Echt, echt schön. Ich glaube, er gleich kriegt nochmal die 2,5 Minuten, weil sonst kriegt er ja nicht. Nein, die will ich gar nicht haben. Weil, ich sag ja, hätte ich schon an den ersten 5 Minuten abgebrochen, hätte es 1 zu 0 gestanden. Fertig. Und nicht 10 zu 0. Hä? Es steht 1 zu 0. Es steht immer noch nicht 1 zu 2 oder sowas. Und auf. So, nochmal, für jeden 5 Minuten. Ich snipe jetzt nochmal. Herr Gleich hat jetzt nochmal die Chance. Wieso? Jetzt müsste ich wieder auf dich snipen. Nein, nein. Warum? Damit erstmal du deine Tries fertig hast. Dann kann ich keine Zeit durchlaufen. So, also ich würd sagen, Game starting. Let's go! Herr Gleich. Hä? Nicht da! Herr Gleich! Ja, ich muss erstmal wieder in das andere Ding rein. Klar. In das andere Team. Du bist im anderen Team noch. Bin ich noch drin? Ja, bist du noch immer. Du musst jetzt einfach nach unten fliegen. Du Herr Gleich. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn schon wieder? Ach, da hinten! Wir sind ja schon direkt hin geflogen. Traurig. 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 Oh, leg mich am Arsch! Diese scheiß Bumper! Ey! Fuck! Ich hab Spaß! Was ist denn das für eine Kacke? Ist das ein Sniper-Modus und ich versuche an den Bumpern vorbeizukommen? Ich verreck mehr an den scheiß Bumpern als an den sofort! Ich treffe gar nicht. Ich hab' den meisten rauskopf. Leg mich! Halt' rauskopf, oder? Kann doch nicht wahr sein, ey. Als ob du den Parkour nicht mal ohne mich schaffst. Siehst du mal wie gut ich bin, ne? Oh nein! Oh nein! Das ist der absolute Oberfuck! Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man denn diese Stelle schaffen? Ich check's nicht! Das ist schon easy! Ja für dich? Ich check's nicht! Ich hab' Eisklumpfüße und soll dann da... Der nächste trifft! Der nächste trifft, Leute! Der nächste trifft! Wenn ich jetzt die Predigt schon verkacke! Guck' uns mal an, was er gleich da hinten so fabriziert! Und? Jetzt bin ich eh gleich wieder tot, weil ich diese scheiß Ecke nicht schaff! Ja, aber das ist nur, weil ich dich gesniped hab! Ja, wie soll man denn?! Und schon wieder gesniped! Leck mich fett am Arsch! Leck mich fett am Arsch! Ohne Scheiß! Piep! So eine verfluchte Dreckskacke hier, ehrlich! Ohne Scheiß! Wer hat denn sich den Mist schon wieder einfallen lassen? Von wem ist denn dieser Drecksparcours? Ich hab' keine Ahnung! Guck mal nach, wer diesen Drecksparcours gemacht hat, ey! Vollpfosten! Ich find' die geil! Oh! Mann, wie kann man da in die Ecke da so'n scheiß Eisding reinmachen? Was ist das für ne Kacke, ey! Nein! Oh, guck doch mal! Jetzt hab' ich immer noch die Eisklumpen! Wie soll ich denn da hochkommen?! Haha! Ey, wie soll das funktionieren?! Leck mich! Du kannst ja gleich schon mal bei mir angucken, wo ich durch bin! Ja, toll! Ich check's ja nicht mal! Ja, tja! Ich check's nicht, wie es funktionieren soll! Wie soll man da an einer Stelle vorbeikommen? Mit Eisklumpen an den Füßen! Ist ja schlimmer, als einen Sniper im Rücken zu haben, der nicht trifft! Flasche! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Ohne Scheiß! Wir nehmen es grad' soo! Hau auf zu tanzen! Ohne Mist! Hau auf, Herr Gleich! Mach was! Herr Gleich, mach was! Herr Gleich, mach was! Herr Gleich, mach was! Herr Gleich, mach was! Ich sterbe eh gleich wieder! Was? Ich hab's geschafft! Ja! 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 Leck mich! Leck mich! Leck mich! Verdammt! Nicht jugendfreier Content, Leute! Zeig das deinen Eltern! Verdammt! Ey, du schießt jetzt schon! Ey, das ist so assi, ne? Das ist so assi! was du machst! Weißt du, du weißt du? Weißt du, du bist so assi! Weißt du, das ist so assi, was du machst! Bevor ich mich hier von dir killen lass', ja? Ey! Weißt du, der fliegt da auch gleich schon dort an die Stelle hin, wo er mich schon schon Ey, ist doch gut! Ja komm jetzt! Gesnipet hat! Gesnippt hat hier! Unglaublich! Oh, Mist! Du bist gut! Alter! Guckt euch die Wiederholung an, wo er gelandet ist, ja? So, und jetzt müssen wir ganz kurz hier... Genau! Genau, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz in den Teamwechsel und dann werde ich schon mal ganz entspannt durchschauen. Was für ein Assi! Ich?! Was für ein Assi! Was für ein Assi! Was für ein Assi! Der fliegt da immer an die Stelle und auf mich snipet der schon kaum bin ich aus der Tür raus. Was für ein Assi! Also mit deinen Erziehungsberechtigten muss ich mal ein ernstes Gespräch führen. Das wird ja nicht so viel bringen. Jetzt bin ich mal nur hier unten, warum?! Du hast das Team noch nicht ge-changed. Habe ich doch! Nein, haben wir nicht. Habe ich gemacht gerade. Geht nicht! Das kannst du nicht machen. Jetzt kannst du das Team erst wirklich nicht. Geht Team 1 oder Geht Team 2, ok? Ja, Team 2. Ja, du bist Team 2. Anwenden. Habe ich schon gemacht. Hä? Achso, weil das Gehen noch nicht gestanden wird. So Leute, jetzt nochmal den letzten Try von mir. Ich laufe jetzt los. Musst du die Buffen? Unten drunter. Was? Ja, dann musst du runter springen. Und an der Seite runter springen. An der Seite runter springen. Kannst dich reinbauen. Da runter springen und dann mit Glider-Report. Ja. Und dann runter. Und dann laufe mal kurz auf so ein Spawn-Point-Ding. Ok. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an, ne? Alter! Warum? Weil du kannst mich überhaupt abschießen. Probier mal, bitte. Hä? Nein. Nein. Hä? Warum nicht? Warum konntest du mich richtig abschießen? Hä, was war das denn für ein Schwachsinn? Bei mir... Bei mir war ich im anderen Team bei dir... Du hast ja mein Mate-in-my-name-tag gesehen. Ja, ich sehe ihn immer noch. Ich hab noch keine Waffe. Hä? Ja, natürlich. Ich hab jetzt das Game geendet. So, auf jeden Fall eher gut. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, 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 bis dahin und tschüss.